Hallo, freut mich dass ihr wieder da seid. Heute haben wir eine besondere Farbe, die Farbe Grau. Grau steht eigentlich für bescheidener und dass das Grau nicht nur bescheiden sein kann oder muss, dann kann man es mit vielen Glitzer-Effekten kombinieren. Bei mir zum Beispiel die Cargohose mit aufgesetzten Taschen. Schaut ganz lästig aus und bei der Hanna haben wir zum Beispiel den Jersey-Blisee-Lock. Die Blisee-Röcke sind ganz aktuell, sind leicht zum Tragen, ist ungefüttert, ist eigentlich wie ein Strick und trägt sich wie eine Jogginghose. Und was ich euch unbedingt heute vorführen möchte, das ist ein schöner, langer, grauer Mantel. Ich habe selbst schon einen, den habe ich sicher schon Jahre, den liebe ich. Und es gibt einen tollen Ersatzfeuer, das ist eine reine Schuhrolle und so schaut er aus. Und das ist das schöne Teil. Der ist wirklich so, wie ich sage, das ist einer der müde ich jedem ans Herz legen. Und der passt da eben. So, und jetzt springt die Hanna in unser exklusives Vicaraging-Grüegleid. Also das ist ein ganz tolles Kleid, das hat unten einen Taft, hat sogar Taschen, ist Jersey und was besonders ist, ist der Kragen. Den brauche ich nur ein bisschen trafieren und ich habe ihn sehr dominant. Mit einem strahlenden Lächeln kann ein kleines Kleid so viel hermachen. Wir sind am Ende. Unser Prinzi möchte Gasse gehen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal mit viel Farbe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.